So, für alle, die deinen Namen nicht aussprechen können, wer bist du? Mein Name ist Fatih Cevikoglu. Das ist türkisch, auf deutsch heißt das Fatih Cevikoglu. Okay, nochmal ganz langsam. Okay, sagen wir so. Fatih Cevikoglu sagen die Türken und wir Deutschen sagen Fatih Cevikoglu. Du bist die gelebte Integration, oder? Ich bin die gelebte Integration, ja. Also die funktionierende, also die funktionsfähige. Also die, sagen wir so, mein Name ist Fatih Cevikoglu, von Beruf bin ich Türke, Hobby Deutscher. Aber das sieht man ja auch, dass ich da, das ist ja, da kann man auch ganz gut von leben eigentlich so. Gibt es tatsächlich noch Probleme für dich im Alltag? Ich meine, guck dich an, roter Anzug ist ja jetzt auch nicht so normal, oder? Das ist ja nur für die Bühne. Das ist ja, ne, so als Schauspieler, Kabarettist steht man auf der Bühne und erzählt lustige Sachen. Auf der Bühne ist das sehr schön. Ich bin doch kein Gebrauchtwarenhändler. Das ist doch, ne, ne, auf der Bühne mache ich das nur so. Bist du Experte für den Karneval? Du kommst ja aus Köln. Ich komme aus Köln und ich bin Experte für den Karneval, ja. Ich bin auch als Muselmane, würde ich bei uns in Köln sagen, wenn wir das Karneval feiern, um es einfach zusammenzubringen, feiern wir dann und die einen sagen dann Kölle, die anderen Allah. So, da sind wir beieinander. Und ich bin Köln etτη.